Gute Freundin von mir hat heute Geburtstag und ja, das ist mir auch erst heute aufgefallen. Weil ich dementsprechend auch kein Geschenk hatte, dachte ich mir, mach ich einen auf Speed Gonzales und nähe einfach schnell was. Wer es braucht, der Gachi macht einfach einen Scree-Tot. Mein Plan war nämlich eine Wendetot-Bag aus diesen Stoffen, weil da hatte ich noch was über. Also hab ich die ganzen Teile erstmal ausgeschnitzt und wieder mit dieser ehrenhaften Schere gearbeitet. Danke Oma. Dann hab ich angefangen die Seiten zusammen zu nähen und konnte dann auch schon den Boden einen ganzen Rest befestigen. Knippst auf jeden Fall die Ecken ein, weil sonst Mittel-Breakdown. Und dann solltet ihr zwei wunderschöne Beutel haben. Dann geht's auch schon weiter mit den Henkeln. Einfach links-rechts runter nähen und dann halt umstülpen, was 100 Jahre dauert, aber egal. Was man nicht alles für seine Freunde tut. Jetzt muss man links auf links diese Beutel ineinander stecken. Und dann einfach die Henkel zwischen die zwei Schichten quetschen und einmal drüber brettern. Und das war's auch schon, meine Freunde. Das ist jetzt mein wunderschönes Last-Minute-Geschenk. Ich bin ja kein Unmensch, deswegen hab ich da noch ein paar Snacks reingeballert. So sieht die Tasche, by the way, in Kombi mit meiner Jacke aus. Und ich hoffe, es gefällt dir.